Was ist ein Tier? Wer ist ein Tier? Und wer ist eigentlich Bora Metz, das unheilbar pflanzliche Lamm? Drei Beispiele. Vor allem wurde diese Woche ein Rudel Wölfe gesichtet. Aber das waren keine Wölfe. So sehen Menschen aus, die nicht in der Stadt wohnen. Schlechter Garten, schlechte Laune. Keine Hobbys. Unter ihnen Sigmar Gabriel. Was für ein Reißer. Ich bin weder Mutter noch 63, sodass ich eine Mutterrente oder Rente mit 63 bekomme. Deswegen ganz klar pro-multi-resistente Erreger. Raute mal was riskieren. Könnt ihr mal die Schnauze? Ich bin immer dafür, erst gute Titel zu entwickeln und dann den Inhalt. Ich glaube, allein für Sigmar Gabriel hält der Bofrostmann jeden Tag beim Bundestag. Und was gibt es? Pumuggeltorte und Kroketten. Das war an meinen Kindergeburtstag auch nicht anders. Aber Sigmar Gabriel, der lutscht die Kroketten so rum. Eine nach dem anderen. Eine nach der anderen. Ja. 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 Ja.